Hallo Leute, ich bin's wieder und nochmal und willkommen bei Revier. Ich wurde getaggt von der Melodia Passion. Ich stelle euch den Link in die Infobox und zwar geht es um den Small YouTuber Tag. Sieben Fragen und zwar, was oder wer war der Grund oder Auslöser Videos zu machen? Grund und Auslöser waren vor allen Dingen Isoke, Knuffi2006, Kulchen14 und viele andere YouTuber, wo ich mir dachte, ich will das genauso machen. Ähm, ich hab die geguckt und, äh, ja, weiß ich nicht, ich hab gedacht, ja, das willst du auch. Ja. Wie lange bist du schon auf YouTube? Auf YouTube selbst bin ich etwas länger schon, ich glaub seit 2007 oder 8, weiß ich grad nicht. Äh, aber so die Videos, wie ich's jetzt mache, mach ich's erst seit 2012. Ja. Achso, wie lange bist du schon auf YouTube unterwegs und hattest du schon mal einen Kanal? Äh, nein, das ist mein erster Kanal und eigentlich, also es ist mein erster Kanal gewesen und ich hatte vorher kein YouTube. Ähm, drittens. In 5 Jahren, du und dein Kanal, ja, in 5 Jahren, das wär traumhaft, wenn ich, äh, mindestens 500 Abonnenten hätte, das wär geil. Ähm, ja. Und vielleicht auch ein paar Euro verdienen könnte damit. Also muss nicht viel sein, weil ich will gar nicht unbedingt viel, aber vielleicht so 10 Euro im Monat, äh, im Monat, das wär geil. Ähm, ja, doch. 10 Euro im Monat, das wäre, wäre schon geil. Also mehr will ich gar nicht, weil, erstens darf ich gar nicht viel mehr haben und zweitens macht Geld auch nicht unbedingt glücklich. Aber so 10 Euro extra im Monat oder vielleicht auch 50 Euro, das wär cool. Welche Message versuchst du kontinuierlich über deine Videos zu verbreiten? Ähm, also eigentlich möchte ich, ähm, vermitteln, dass das Leben schön sein kann, dass es Probleme geben kann im Leben, vor allen Dingen, wenn man psychisch krank ist und körperbehindert. Und, ja, das ist das, was ich sagen möchte. Ich möchte zeigen, hör zu, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht, ich bin keine Schönheit. Ich bin nicht wundervoll, aber ich bin liebenswert, so wie ich bin. Und genau das kannst du auch sein. Nämlich genauso liebenswert und, ähm, auch wenn du nicht schön bist in anderen Augen, du bist trotzdem schön. Für dich bist du schön. Weil jeder Mensch ist schön auf seine Art und Weise. Klar, es gibt auch Leute oder Menschen, wo ich mir denke, Alter, sind die potthässlich. Aber im Herzen sind sie trotzdem schön. Und das macht sie ja wiederum schön. Also, es geht nicht immer nur um das Äußere, sondern das Innere zählt. Und klar, man sieht erstmal das Äußere von den Menschen, aber das ist nicht das, was zählt. Sondern der Mensch. Das ganze Paket. Kennen Mitschüler, Arbeitskollegen dich und deinen Kanal? Also Mitschüler wieso nicht? Weil ich gehe nicht mal zur Schule. Arbeitskollegen eigentlich auch nicht. Obwohl doch, also meine ehemaligen Arbeitskollegen. Einige kennen mich und meinen Kanal. Aber ich, da ich ja nicht arbeiten kann mehr. Nein, eher nicht. Aber ehemalige Arbeitskollegen. Ich glaube, da kennen mich einige von im Kanal her. Und ja. Was bedeutet ein Kanal-Name? Also mein Kanal-Name bedeutet mein Spitzname. Mein Spitzname ist Rebbi. Den habe ich 2001, Quatsch, 2000, 2001 so um den Dreh bekommen. Und zwar in Milimshafen. Und da haben mich alle auf einmal Rebbi genannt. Und ich fand den so schön, den Namen, dass ich den auch beibehalten habe. Weil ich wollte eh immer einen Spitznamen haben. Ich hatte nämlich nie einen, wenn dann nur so einen blöden Scheiß-Spitznamen von meinem Stiefvater. Der hat mich immer Emma genannt oder Erna oder Plattfuß-Indianer und sowas. Das mochte ich aber nicht. Weil das habe ich gehasst. Ja. Lieblings Small YouTuber. Ach, ich habe so einige. Aber am liebsten mag ich Knuffi2006, Melodia Passion, Waldliebhaberin, Melly's Vlogs, Kohlchen14, Isoke. Ja, es gibt so viele. Ich mag einfach alle. Ach ja, und jetzt. Wem mag ich auch. Und zwar Ungespielt. Also Simon Unge und Dehner mit. Ja, also Dehner halt. Genau. Die mag ich. Okay, das war es mit dem Tag. Ich tagge niemand Bestimmtes. Ich glaube, jeder, der Lust hat, da mitzumachen, kann gerne mitmachen. Ihr seid, also, ihr seid alle getaggt, die getaggt werden wollen. Ja. Und sonst tagge ich niemand. Okay. Bis dann. Tschüss.